So, heute wollen wir uns also mit den Grundlagen der Syntax beschäftigen. Das ist hier doch ein bisschen niedrig noch. Naja, ich lasse das jetzt mal so. Grundlagen der Syntax, also Syntax, ist halt ein griechisches Wort, wie man unschwer erkennen kann. Syntax ist, zusammengesetzt aus Syn, zusammen, und Tax ist die Ordnung, die Reihenfolge. Und damit ist natürlich die Satzordnung oder Satzreihenfolge der Wörter gemeint. Nun ist das heute nicht mehr so. In der Syntax geht es um die Struktur von Sätzen, in der Tat, aber nicht so sehr um die Reihenfolge der Wörter. Manchmal unterscheiden die Sprachwissenschaftler das nochmal genau, denn Reihenfolge wird so ein bisschen als etwas oberflächliches angesehen. Und hier geht es um die Strukturen, die möglicherweise auch zugrunde liegen. Und deshalb gibt es da noch eine andere Bezeichnung, die Sie sich jetzt nicht groß merken müssen, aber nur, dass Sie die mal gehört haben. Synthesis, die Zusammensetzung, das ist mehr so das, wie jetzt vielleicht die Wortreihenfolge ist. Syntax ist halt doch mehr vielleicht die Hierarchenstruktur, die hinter einem Satz steht. Synthesis ist mehr das, was an der Oberfläche passiert. Also wie gesagt, die Unterscheidung wird manchmal gemacht, aber für uns müssen wir das jetzt nicht weiter vertiefen. Also nochmal, die Syntax ist eben tatsächlich einmal die Lehre vom Satz und deshalb müssen wir uns natürlich auch überhaupt fragen, was ein Satz ist. Das ist alles nicht so einfach, denn die Betrachtungen setzen natürlich voraus, dass man das Sprachsystem, Longe, Sie haben das schon gehört, irgendwie als homogen, als einheitlich ansieht. Es gibt aber tatsächlich sehr viele Situationen, wo das alles nicht so einheitlich ist. Also zum Beispiel so Sprachkontakt, da ist dann schwierig. Sprachkontakt, überhaupt zu sehen, was denn da jetzt die eine Sprache ist, was die andere Sprache ist, wo der Satz anfängt, wo der Satz endet. Also in so uneinheitlichen Systemen ist es schwierig. Der erste Satz ist ein authentischer, den habe ich aus einem Buch über Sprachkontakt, aus dem Elsass, wo so eine Sprachmischung zwischen einem deutschen Dialekt und Französisch ist, oder manchmal wird sogar Hochdeutsch gesprochen und da sehen wir hier, ich gehe heim à la maison, also tatsächlich so eine deutsch-französische Sprachmischung oder das andere Beispiel, en montant les Champs-Élysées, hoch, also wo auch deutsch-französischer Sprachkontakt ist und dann ist es sehr schwierig, die Strukturen zu ermitteln. Also um Strukturen überhaupt ermitteln zu können, muss man eine gewisse Abstraktion haben und von solchen Phänomenen absehen und eben so eine Art ideale Situation betrachten, wo halt die Sprecher dauernd vollständige, grammatisch einwandfreie Sätze produzieren. Das ist aber nun gerade in der gesprochenen Sprache eher selten, aber gesprochene Sprache wollen wir ja vor allen Dingen betrachten. Das heißt, diese Art der Syntax, mit der wir uns hier in der Linguistik beschäftigen, ist eben ein bisschen problematisch, weil sie von so Idealzuständen ausgeht, nämlich von grammatisch richtigen Sätzen. Dennoch wird oft der Anspruch erhoben, wir kommen dann am Ende noch darauf, dass eben die Kompetenz, grammatisch richtige Sätze zu produzieren, irgendwie was ganz Fundamentales ist, was den Menschen sozusagen zum Menschen macht und die Sprachfähigkeit schlechthin definiert. Ja, also Syntax, wie gesagt, Satzlehre ist die deutsche Bezeichnung dafür. Manchmal wird es aber auch anders verwendet, wenn man sagt, die Syntax des Satzes, dann könnte man es vielleicht auch mit Satzbau übersetzen. Der Satzbau und wenn man das griechische Wort anschaut, also Zusammenfolge, dann erinnert es eher an Satzbau als an Satzlehre. Aber heute wird Syntax meistens mit Satzlehre übersetzt, also in dieser ganzen Aufteilung der Ebenen der grammatischen Beschreibung. Morphologie ist dann die Formenlehre. Und da haben wir auch Logie drin, Morphologie. Aber das heißt nicht Syntaxologie, sondern auch Satzlehre. Phonologie, die Lautlehre. Die Phonetik. Ja, gut. Also, müssen wir uns natürlich erst mal fragen, was ist ein Satz? Ein Satz. Der Satz ist halt die Grundeinheit der Syntax. Und deshalb als erstes mal die Frage, was ist ein Satz? Ich habe Ihnen hier mal einen deutschen Beispielsatz mitgebracht. Das Gras ist grün. Na, das sieht ziemlich gut aus, dieser Satz. Also der scheint grammatisch richtig zu sein und auch vollständig zu sein. Und ja, dann müssen wir halt überlegen, warum das so ist. Wenn man ist weglässt, das Gras grün, dann hat man schon den Eindruck, das ist kein vollständiger Satz. Oder wenn man sagt, ist grün, auch nicht gut. Wenn man aber zum Beispiel sagt, das Gras ist leise oder das Gras ist laut, klingt auch komisch. Das Gras ist laut. Na ja, gut, wenn man sich vorstellt, dass da irgendwie Wind durchfegt und es dadurch Geräusche gibt, dann geht das vielleicht wieder. Aber irgendwie haben wir da auch ein Problem. Da müssen wir da nochmal drauf kommen. So semantische Fragen sind wirklicherweise auch ganz wichtig. Aber bevor wir uns hier mit ausgedachten Sätzen beschäftigen, das ist ja so einer, den ich mir jetzt ausgedacht habe, ist es vielleicht besser zu gucken, wie denn nun Texte wirklich aussehen. Und dann können wir uns anhand dieser Texte überlegen, was denn nun Sätze sind und was nicht. Gut, die gesprochene Sprache habe ich vorhin schon gesagt, die stellt noch größere Schwierigkeiten dar. Wir nehmen also hier einfachheit halber mal geschriebene Sprache, obwohl das eigentlich linguistisch nicht ganz korrekt ist. Aber selbst da haben wir Schwierigkeiten. Ich habe hier den Anfang eines Wikipedia-Artikels auf Spanisch, auf Französisch und auf Italienisch. Der italienische Artikel ist etwas kürzer, der Anfang ist auch etwas kürzer. Ja. Gut, jetzt mal abgesehen davon, dass Barcelona in den verschiedenen Sprachen immer anders heißt. ist natürlich hier schon einiges Interessantes und wir wollen ja über die Sätze nachdenken. Also wenn wir ganz vorne anfangen, dann haben wir eine Überschrift, also Manuel Vasquez Montalban und da ist natürlich die Frage, was ist mit der Überschrift? Ist das ein Satz? Tja, so richtig schön passt das nicht. Man kann auch, wenn wir uns rein mit der Schriftsprache beschäftigen, natürlich als Kriterium nehmen, steht ein Punkt dahinter. Sätze enden oft mit Punkt oder auch mit Fragezeichen, manchmal sogar mit Ausrufungszeichen. Also das ist natürlich hier nicht der Fall nach der Überschrift und da sieht man halt schon, dann ist das vielleicht ein guter Satz. Dann haben wir immer gleich unter der Überschrift noch so einen Hinweis, wo wir vielleicht auch Schwierigkeiten haben. Also im Spanischen passt es irgendwie noch am besten. Der Satz, der da drunter steht, Das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie ein richtiger Satz, aber französisch und da haben wir schon ein Problem. Da steht zwar ein Punkt dahinter, aber so richtig als Satz, das macht Schwierigkeiten. Ein richtig schöner Satz ist das nicht. Insbesondere fehlt da ein Subjekt, ich kann ja schon mal darauf hinweisen. Und im italienischen Beispiel kommt da was, da Wikipedia, Lencyklopedia Libera, Lencyklopedia, Lencyklopedia, die gehört auf IAS dahinten, Lencyklopedia Libera, da Wikipedia, Lencyklopedia Libera, das ist natürlich kein vollständiger Satz. Also irgendwie ist das verkürzt. Aus Wikipedia, der Freien Lencyklopedia, auf Deutsch würde man das ungern als Satz auffassen. Und Sie sehen schon, es ist kein Satz, weil kein Verb. Ja, beim nächsten Satz haben wir auch noch, wir haben noch mehr Probleme in diesen Texten, also sobald man auf konkrete Beispiele schaut, bekommt man immer Probleme. Also, worum es geht, der Minimalsatz, auf Englisch nennt man den Clause, der deutsche Minimalsatz. Es gibt bei manchen Dingen wissen auch die Übersetzung Klausel, Clause, aber das ist doch etwas ungewöhnlich. Also der Minimalsatz, der besteht aus einem Subjekt und einem Verb, zumindest in bestimmten Sprachen. Und jetzt können wir Sätze von Nichtsätzen ganz gut unterscheiden. Also dieser Satz mit Berset, der hat tatsächlich so ein Verb, das ist zwar ein bisschen komisch, aber dadurch kann man sagen, das ist ein Satz, beim Französischen mit dem Voir, da ist zwar ein Verb, aber das ist Infinit und das Subjekt fehlt. Aber gut, infinite Verben haben eben oft kein Subjekt und da Wikipedia, Lenticlopédia, Libera, da haben wir nun gar kein Verb und kein Subjekt, also kein Satz. Jetzt können wir das also noch ein bisschen genauer hier sehen. Also die Definition ist natürlich, ein Satz besteht aus einem Subjekt und einem konjugierten Verb. Also Voir alleine geht nicht, weil es nicht konjugiert ist. Subjekt und konjugiertes Verb, und Sie wissen ja bereits, wir hatten das schon gesprochen, das Subjekt konjugiert mit dem Verb, kommen wir dann gleich noch drauf. Ja, und jetzt können wir hier schon Sätze von Nichtsätzen unterscheiden. Wir sehen, in Texten gibt es nicht nur Sätze, die uns interessieren, sondern auch noch andere Dinge. Und ja, die Überschrift ist sicherlich kein Satz. Dann das, was da so drunter steht, dieser Hinweis, der Verweis auf andere Artikel, könnte im Spanischen als Satz durchgehen, im Französischen eher nicht und das Italienische da geht natürlich auch nicht als Satz durch. Wenn wir jetzt sehen, das Nächste ist dann immer ein Satz, also da gibt es dann ein Verb, fue, e, oder estato, interessant, aber ist, dass im Französischen da das Präsens verwendet wird und in den anderen Sprachen dann Präteritum und wie gesagt, dieses Verb hat ein Subjekt, das Subjekt ist genau das, mit dem der Satz beginnt hier und damit haben wir einen Satz. Da ist zwar noch was eingeschlossen, in Klammern, irgendwie, was wir vielleicht nur schwer analysieren können, welche Rolle das da im Satz spielt, ist da irgendwie ein Einschub, eine sogenannte Parenthese, aber wenn wir die ignorieren, haben wir jedenfalls erstmal einen schönen Satz. Ja, und ich habe schon auf das Problem der Kongruenz hingewiesen, da steht es nochmal, Kongruenz, Accord, Accordo, sehen Sie, auf Französisch, Italienisch ist die Übersetzung ein bisschen auffällig, aber wie gesagt, die Konkurrenz, wir hatten das schon besprochen, und besonders eben hier die Konkurrenz zwischen Subjekt und Verb, Subjekt, dritte Person, das Verb steht dann auch in der dritten Person und wenn wir dann weitergehen, dann bleibt eben die dritte Person das Subjekt und da wird hier noch das so typisch Lexikonstil, da wird dann noch im Spanischen oder auch im Französischen dann noch so was dem Subjekt zugeordnet, hier im zweiten Satz, Personalidad, casi imbarcable, und jetzt steht da gar kein Subjekt, aber ist im Verb enthalten, se definió, also er definierte sich, dann als fast unnahbare Persönlichkeit oder Person inclassable, il se definisse, aber da haben wir natürlich das Subjekt, il, daneben diese Beiordnung, das geht aus, und im Italienischen kommt da nichts mehr, da kann man das nicht sehen. So, also die Konkurrenz zwischen Subjekt und Verb, steht die, und es gibt auch noch eine Konkurrenz innerhalb von Nominalgruppen, Sie wissen, zwischen Adjektiv und Nomen, beziehungsweise Artikel und Nomen haben wir es konkurriert, auch noch. Gut, klar, können wir uns jetzt hier wieder anschauen, aber wir haben das schon besprochen mit der Konkurrenz, aber spreche ich das jetzt. Dann gibt es natürlich auch subjektlose Sätze, hier ein Beispiel aus dem Spanischen und Italienischen, auf Spanisch oder auf Italienisch, es regnet, dann werden Sie sagen, ja, das ist aber in der dritten Person verwendet, das ist zwar richtig, die Verben stehen in der dritten Person, aber es gibt kein Subjekt, Sie können da kein Subjekt ergänzen, höchstens in der poetischen Sprache können Sie sagen, der Himmel regnet oder sowas, sagen wir, das ist nicht normales Deutsch oder normales Italienisch oder normales Spanisch, da werden diese Verben immer ohne Subjekt verwendet, auch wenn die in der dritten Person stehen. Französischen und Deutschen ist etwas anders, da steht tatsächlich ein Subjektpronomen Il oder Es, nur ist das gar kein richtiges Pronomen, denn es steht für nichts, also normalerweise steht das Pronomen ja für ein Nomen oder ein Nominal genau genommen, aber dieses Il oder Deutsch Es steht für nichts, also irgendwie ein leeres Pronomen und deshalb sind eben auch diese Sätze im Deutschen und Französischen eigentlich subjektlos, man spricht dann davon, dass sie so ein Platzhalter-Subjekt haben, während im spanischen und italienischen dieses Subjekt überhaupt nicht existent ist, bestenfalls eben als dritte Person, als Form der dritten Person Singular im Verb drinsteckt. Der Unterschied zwischen den Sprachen ist, Spanisch und Italienisch sogenannte Pro-Drop Languages sind, wo also kein Pronomen stehen muss, während das Französische und das Deutsche Non-Pro-Drop Languages sind, das heißt also, da muss immer ein Pronomen stehen. Diese Terminologie, diese englische Terminologie ist eigentlich ein bisschen ungeschickt, weil das Besondere als das ja, wie soll man sagen, als das Nicht-Besondere dargestellt wird, also, dass da explizit ein Subjekt stehen muss, ist besonders, also das Deutsche und das Französische verhalten sich seltsam und dann steht hier Non-Proverb Languages als wäre das irgendwas Besonderes, dass man Subjekte weglässt. Das ist halt praktisch die Sicht des Englischen, wo wir ja auch ein Subjekt brauchen, it rains oder it is raining und aus der Sicht des Englischen, wenn dann kein Subjekt gebraucht wird, sagt man Pro-Drop, das Pronomenal Drop, also Pro steht für Pronomenal, das Pronomen fällt weg, aber im Grunde ist es eher auffällig, wenn ein Pronomen da steht, was kein richtiges Pronomen ist, als dass es wegfällt. Also diese Terminologie ist sonderbar und da sieht man wie so oft in der Linguistik, dass diejenigen, die die Terminologie machen, durch irgendeine Sprache besonders geprägt sind, hier eben durch das Englische. Im Englischen braucht man halt ein Pronomen der dritten Person und wenn das wegfällt, dann merkt man das besonders an und sagt, oh, eine Pro-Drop-Language, obwohl eigentlich der Nicht-Wegfall oder vielmehr das Auftauchen eines Pronoms aus dem Nichts, was eigentlich gar kein richtiges Pronomen ist, weil es nichts ersetzen kann, also es oder il oder it auf Englisch, das ist eigentlich das Bemerkenswerte. Ja, also wie gesagt, die eigene Sprache prägt so ein bisschen die Terminologie und führt dann eben auch zu solchen Verzerrungen, wie wir hier das sehen. Oft ist es natürlich auch so, dass das Lateinische genommen wird als Grundlage für die Terminologie und auch zu Verzerrungen führt, aber hier nun gerade Nichts und das Lateinische hätte ja nun auch kein Pronomen, kein Subjekt. Aber auch beim Italienischen und Spanischen steht etwas in der dritten Person. Das heißt also, es sieht so aus, als hätte das, als gäbe es da ein Subjekt, auch wenn es keins gibt, aber es gibt halt diese Form. Und das bedeutet, dass offensichtlich in diesen Sprachen und eben auch im Italienischen und Spanischen, genauso wie im Französischen, Subjekt immer eine Rolle spielt. Wir hatten das vorhin ja in der Definition gesehen, dass wir den Minimalsatz definieren, bestehend aus Subjekt und Verb. Also es gibt immer irgendwie eine Subjektposition. und hier bei Spanisch und Italienisch steckt die nur irgendwie im Verb, aber es ist halt die dritte Person auch. Also auch da so eine Art Subjektkongruenz, auch wenn da nichts da ist, mit dem es konkurrieren kann. Also es gibt immer irgendwie eine Subjektposition. Und Sprachen, die sich so verhalten, nicht alle Sprachen müssen das so tun, die bezeichnet man als Subjektprominent. Also man spricht von Subjektprominenz bei Sprachen, bei denen Minimalsätze nicht nur aus einem Verb bestehen, sondern eben auch aus einem Subjekt und einem Verb. Also das sind sogenannte Subjektprominente Sprachen. Genauer formuliert müsste man sagen, Subjektprominente Sprachen sind Sprachen, wo man eine Kategorie Subjekt braucht, um sie zu beschreiben. Also die Kategorie Subjekt ist natürlich eine Linguisten-Kategorie, die Linguisten erfunden haben. Und wenn die praktisch ist, in den deutschen, englischen, französischen und aber auch im spanischen und in anderen romanischen Sprachen, ist es sinnvoll, mit dem Konzept Subjekt zu arbeiten. Und das ist eben das besondere Merkmal einer Subjektprominenten Sprache. Und es gibt eben Sprachen, die ohne, die man gut beschreiben kann, ohne diese Subjektposition und die sind dann eben nicht Subjektprominent. Also vorstellbar wäre, dass es vielleicht gar kein prominentes Lied gibt, dass eben Sprachen, dass eben Sätze minimal nur aus einem Verb bestehen, was vielleicht gar nicht verändert wird. das dürfte auf viele Sprachen zusprechen. Ich will jetzt nicht sagen die meisten, aber, wenn man da einen schlechten Überblick hat, aber es gibt sicherlich viele Sprachen, für die man keine Subjektposition zur Erklärung braucht. das sehen manche Leute anders. Also nur als Hinweis, es gibt durchaus Sprachwissenschaftler, die überall Subjekte sehen wollen. Das halte ich für problematisch. Ich glaube, die Mehrheit aller Sprachwissenschaftler ist sich inzwischen einig, dass wir Kategorien Subjekt nicht für alle Sprachen benötigen und manche teilen dann eben die Sprachen der Welt ein in zwei Gruppen, in solche, wo man das Subjekt gebrauchen kann, also Subjektprominente Sprachen, die werden manchmal als konfigurational bezeichnet. Das ist ein schwieriger Terminus, das braucht sich nicht zu merken, aber wenn Sie den mal hören, wissen Sie, das ist ein anderes Wort für Subjektprominenz und andere Sprachen, die dann nicht konfigurational sind oder nicht Subjektprominent. Also was man sich auch noch vorstellen kann, sind Sprachen, die aus einem Verb bestehen und einem besonders wichtigen Element, was neue Informationen bringt, ein sogenannter Fokus, Fokus prominente Sprachen, eine solche Sprache habe ich mal gelernt, also da braucht man den Begriff Subjekt eigentlich nicht, obwohl manche Sprachen auch anwenden, also das Baskische ist eine solche Sprache, die ist Fokus prominent, da brauchen wir einen Minimalsatz, immer etwas, was besonders hervorgehoben wird und das Werk, wenn da nichts ist, was man besonders hervorhebt, also eine neue Information, dann setzt man da einen Platzhalter ein, an der Stelle, also ähnlich wie dieses S hier, man setzt dann ein Wort ein, was ursprünglich vielleicht so was wie Ja bedeutet, also wenn man so was sagt wie ich weiß, dass es schon spät ist, dass es schon spät ist, die neue Information, die wird hervorgerufen, die muss dann vor dem Verb stehen, und dann kommt das Verb. Und wenn ich einfach nur sage, ich weiß, oder weiß, das geht im Baskischen, dann muss man da noch ein Wort davor setzen, also Badakit, das Ba ist das, und das bedeutet wahrscheinlich ursprünglich sowas wie Ja, Ja weiß, oder so. Es muss noch ein anderes Element mit in den Satz zum Verb. Außer bei Imperativen, da gibt es dann nochmal Ausnahmen, aber in der Regel braucht man eben diese Kategorie Fokus als verbindliche Kategorie, also etwas, was hervorgerufen wird, um das Baskische zu beschreiben. Und dann ist natürlich vorstellbar, dass es noch andere Möglichkeiten gibt, nämlich sowas wie Topic Prominenz, das ist sowas ähnliches wie Subjekt Prominenz. Subjekte sind ja oft Dinge, die schon mal genannt wurden, wenn Sie an unser Beispiel denken mit Vasquez Montalban, dann sehen Sie, das, was meistens weggelassen wird, beziehungsweise ein Pronomen ersetzt mit dem französischen Il, ist natürlich genau dieser Manuel Vasquez Montalban. Der taft immer wieder auf, und dann steht ja nur noch sie definiert, oder hier steht es weiter, aber hier in Französisch steht dann Il, und dann noch mal Il, ob ihr das Subjekt ist oft das, was schon bekannt ist, was also Thema ist, und deshalb spricht man auch von Thema oder Topic, und es gibt natürlich Sprachen, bei denen das Bekannte ganz wichtig ist und immer wieder auftauchen muss, also obligatorisch genannt werden muss, und daran wird dann was Neues angeschlossen, und dann spricht man von sogenannter Topic-Prominenz, also es geht ohne Subjekt, aber die alte Information oder das Thema muss auf jeden Fall genannt werden, das muss nicht zwingend das Subjekt sein, aber es muss genannt werden, also Topic-Prominenz spielt zum Beispiel im japanischen eine Rolle, wenn Sie eine japanische Grammatik in deutscher Sprache aufschlagen, dann lesen Sie da zwar auch irgendwas vom Subjekt, aber oft ist eben was anderes gemeint, nämlich Topic, wenn Sie ein bisschen japanisch können, dann sehen Sie, da gibt es so eine Partikel, das ist eben die sogenannte Topic-Partikel, die wird meistens verwendet für das, was schon genannt wird und das die neue Information angeschlossen wird. Und diese Einteilung der Sprachen nach dem Prominenztyp kann man auch Prominenztypologie nennen. Das ist eine relativ neue Forschungsrichtung, das gibt es noch nicht so lange, deshalb in den Grammatiken, die Sie so finden, da ist dann meistens die Rede von Subjekt, auch wenn in verschiedenen Sprachen das Konzept Subjekt ein Problem darstellt und man es vielleicht gar nicht braucht. Dennoch, wir brauchen das für viele europäische Sprachen, also für die romanischen Sprachen und für germanischen Sprachen, da ist halt Subjekt eine sinnvolle Kategorie und hier habe ich mal so Definitionen von Subjekt, wie das so ein bisschen vorwissenschaftlich definiert wird, das lesen Sie auch so in Grammatiken, ich habe das irgendwoher, ich weiß nur nicht mehr wo, Partner des Werbs, um sei das Subjekt, oder es wird von Prädikation gesprochen, Prädikation eben eine Aussage über etwas, das Subjekt ist dann Teil der Prädikation und im Rest des Satzes wird dann etwas über dieses Subjekt ausgesagt, also in der Prädikation ist dann eben das Subjekt der Partner des Werbs. Dann kann man sagen, Subjekt definieren wir einfach über Konkurrenz, haben wir natürlich hinterher das Problem, was ist denn eigentlich Konkurrenz, naja, die Angleichung des Werbs an das Subjekt, dann sind wir zirkulär, aber sagen wir mal, man kann über Konkurrenz das Subjekt erkennen. Dann gibt es die Leute, die sagen, ja, das Subjekt ist der Satz Gegenstand, also das jenige, worüber eine Aussage gemacht wird und das wird dann manchmal etwas linguistischer auch bezeichnet als Thema oder Topic oder das jenige, worüber eine Aussage gemacht wird. Und haben wir vorhin gesehen, gibt Topic prominente Sprachen und das Thema oder das Topic nicht unbedingt das Subjekt ist. Gut, dann gibt es ein Problem, aber oft ist eben das Subjekt das Thema. So, wir können aber Subjekt besser definieren mit Hilfe von syntaktischen Theorien. Das heißt, wir machen uns eine Theorie, wie denn Syntax funktioniert und dann im Rahmen dieser Theorie haben wir dann auch ja und auch klar machen, was mit Subjekt gemalt ist. Und ich habe das hier mal versucht mit drei verschiedenen Herangehensweisen, die uns noch weiter beschäftigen werden. Also mindestens zwei davon werden uns noch beschäftigen. Also Partner des Verbs haben wir ja gesehen. Das heißt, es gibt eine Beziehung zwischen Subjekt und Verb. Das Zusammenspiel von Subjekt und Verb konstituiert ja den Satz. Und dann ist natürlich die Frage, setzen wir das Subjekt ganz nach oben und sagen, okay, das Verb nimmt die dritte Person an, weil das Subjekt die dritte Person ist. Also in diesem Fall Alfred Parle auf Französisch, Fall A, Subjekt ist oben. Das ist eine Herangehensweise, die man lange Zeit gemacht hat. Also das Konzept des Subjekts kommt aus der Antike und da hat man oft angenommen, das griechische Wort für Subjekt ist oft Onoma, der Name und da steht eben ganz oben und dann hängen andere Dinge davon ab. Jetzt fragen Sie sich sicher, warum heißt das Subjekt eigentlich Subjekt? Wenn das ganz oben ist, sub bis soll, was drunter ist, Subjekt unterworfen und dann passt natürlich Schaum in B besser, das Werk ist oben und irgendwie fällt da runter dann das Subjekt. Das ist eine relativ revolutionäre Idee gewesen gewesen, im antiken Griechenland schon, denn traditionell sagt man das Verb konkurriert mit dem Subjekt, also haben wir erstmal das Subjekt und das Verb wird dann in die entsprechende Form gebracht, also A und B ist dann eine andere Herangehensweise gewesen, die ist erfunden worden von einer Philosophenschule in Griechenland in Stoikern, die sich eigentlich gar nicht so sehr für Sprache interessierten grundsätzlich, sondern wie Philosophen das so tun, wollten die was wissen über das Denken. Aber, und das ist die besondere Idee der Stoiker, sie hatten die Idee, dass man an das Denken am besten rankommt über die Sprache. Dann haben sie sehr viel sich mit Grammatik beschäftigt und sind sozusagen die erste richtig grammatische Schule. Und beim Nachdenken über Grammatik kommt man sehr schnell drauf, naja, eigentlich war ja klar, das Verb passt sich dem Subjekt zwar an, aber irgendwie ist das Verb wichtiger, weil abhängig vom Verb bestimmte andere Dinge dazukommen. Wir wissen, und das Verb erfordert möglicherweise Subjekt und Objekt und so und was das für ein Subjekt und für ein Objekt erfordert, ist auch letztlich abhängig vom Verb. Also nehmen sie sowas wie kaufen und verkaufen. Bei kaufen ist Subjekt derjenige, der letztlich die Ware bekommt, wenn er Glück hat und bei verkaufen, wenn es funktioniert, ist das der die Ware bekommt und bei verkaufen ist vorne jemand, der die Ware los wird. Und auf jeden Fall sind es Menschen. Auch bei Schlafen sind es Menschen oder Tiere. Bei verkaufen, kaufen sind es keine Tiere, außer wenn die irgendwie personifiziert sind. Schlafen können noch Tiere, manchmal sogar Blumen oder Blumen. Weil die sich dann so zusammenklappen, manchmal die schlafen. Aber dann wird es schon schwierig. Steine schlafen nicht, Tische schlafen nicht. Also irgendwie je nachdem, was man für ein Verb nimmt, gibt es halt unterschiedliche Subjekte. Und da gibt es irgendwie eine Abhängigkeit. Das war die Idee der Sturke, das Verb irgendwie an den Anfang zu stellen und alles, was sonst noch dazukommt, da drunter zu packen. Und das, was da noch dazukommt, das steht möglicherweise in einem bestimmten Kasus, Fall, griechisch Thosis, und die Bezeichnung Kasus, Fall, Thosis, rührt wahrscheinlich daher, dass sich die Sturke das so vorgestellt haben, dass es irgendwie so runterfällt. Diese Zeichnung und wir haben leider keine Zeichnung von den Sturikern, sondern nur Textfragmente, aber so eine Vorstellung steckt wahrscheinlich dahinter und wahrscheinlich heißt es deshalb Fall und eben auch Subjekt, weil Subjekt irgendwie dem Verb unterworfen ist. Subjekt ist natürlich ein lateinisches Wort, aber natürlich auch eine Lehnübersetzung aus dem Griechischen und da geht die modernere Grammatiktradition auf jeden Fall auf die Sturiker zu. Kurz in Klammern, der Ansatz A, den es schon vor den Sturikern gab, der hat sich auch ein bisschen erhalten, insbesondere in der russischen sprachwissenschaftlichen Tradition und natürlich dann durch die Vormachtstellung der russischen Wissenschaft im slawischen Raum, auch in anderen slawischen Grammatiktraditionen wird oft das Subjekt ganz nach oben gestellt, während sonst überall das Verb entscheiden konnte. So, jetzt haben wir aber noch den Ansatz C, der ganz nützlich ist, um tatsächlich das Subjekt zu definieren und das haben wir natürlich in A und B auch gemacht. In A ist das Subjekt dasjenige, von dem der ganze Satz ausgeht und in B ist das etwas, was vom Verb abhängt. Zusammen mit dem Objekt, direkten Objekt, indirekten Objekt, was da sonst noch alles zum Verb gehört. Ja, und im Ansatz C, da wird nun gesagt, gut, es gibt sowas wie einen Satz und dieser Satz besteht aus zwei sogenannten Konstituenten, das eine ist das Subjekt, das andere ist das der verbale Bereich, also das Verb und was noch alles hinzukommt. Das heißt, der Satz wird aufgeteilt in zwei Konstituenten, der Subjekt Konstituente und der Verb Konstituente. Im Grunde kann man auch sagen, eine nominale Konstituente und eine verbale Konstituente und diese nominale Konstituente, die direkt unter diesem S steht, also unter dem Satzknoten, das ist eben das Subjekt. So ähnlich wie Partner von Werf, aber man teilt den Satz halt ein in was Nominales und was Verbales und das Nominale, was halt direkt auf der ersten Ebene dieser Konstituentenanalyse ist, das ist eben das Subjekt. Also hier nochmal etwas abstrakter. Subjekt in A ist etwas Nominales, auch nochmal auf Griechisch, von dem das Verb abhängig ist. In B ist das Subjekt etwas Nominales, was vom Verb abhängig ist, zusammen mit anderen, aber minimal muss eben wenigstens dieses nominale Element da sein, könnte auch noch ein Objekt da sein, das hängt dann eben vom Verb ab, aber wenn sonst nichts da ist, dann haben wir wenigstens das Subjekt und wir haben gesehen, Erwiderungsverben sind ja besonders halten, also regnen und so und Definition C ist, wir haben den Satz und wir teilen den ein in das Nominales und das Wehrmales und das Nominale, was direkt unter dem S-Knoten steht, das ist eben das Subjekt. Objekte und so schließen sich dann das Wehrmache an und dann ist das Objekt anders definiert, was gehört zum verbalen Bereich. So, dieser S-Knoten habe ich hier mal eingekreist, Nämlich der hat einen besonderen Status, der ist nämlich abstrakt da. Wir können das hier nochmal sehen, wenn wir das vergleichen mit V und N, V und N sind wirklich da, das können wir benennen, V war fahren, N war S-Rent, hier auch, S-Rent fahren, aber S ist was Abstraktes, das ist eben genau das, was man als Satz bezeichnet. Also Satz ist an sich auch abgeleitet aus diesem Zusammenkommen von nominalen und verbalen. Das Nominale, was eben den Satz bildet, ist dann eben das, was man Subjekt nennt. Sie sehen, also Subjekt ist abhängig von dem Konzept des Satzes. So, wir haben jetzt wieder hier unseren Text und da können Sie jetzt natürlich diese Dinge sehr schön erkennen. Also wenn wir den letzten Satz hier mal nehmen, im französischen in national, dann ist klar, obtenir ist das Verb und das braucht halt ein Subjekt und dieses Subjekt muss gelebt sein und so, erhalten kann immer nur durch Aktion, obtenir ist ein bestimmtes erhalten. Tiere können vielleicht auch was erhalten, aber dieses obtenir ist ja immer erhalten durch Anstrengung. Das heißt, das Subjekt ist eben meistens ein Mensch und hier kommt dann auch noch ein Objekt. Klar. Aber die Satzkonstitution besteht eben darin, dass das Subjekt mit dem Wert verknüpft wird. Ja. Können wir hier jetzt feststellen, Syntax ist eben die Satzlehre, die Lehre eigentlich von den vollständigen Sätzen, dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit unvollständigen Sätzen, die gibt es ja auch, wir haben den Text gesehen, die müssen wir auch irgendwie beschreiben, insbesondere wenn wir anschauen wollen, was der Unterschied zwischen Spanisch und Französisch ist. Das ist praktisch der gleiche Satz, das ist äquivalent, im Spanischen haben wir eine Verbform, die zwar auch aufwendig ist, durch das nachgestellte Reflexivpronomen, also severe wäre es eigentlich lieber als verse, also irgendwas ist da auch seltsam, Französisch voix, voix, ist aber so eine Art Imperativ, nur nicht als Imperativ, sondern als Infinitiv, ist auch im Deutschen seltsam, wenn Sie sehen, da würde man jetzt sagen, für homonyme Artikel, siehe und dann Vasquez und Montalban oder Montalban französisch siehe und dieses siehe ist auch seltsam, das ist zwar ein Imperativ und damit auch vollständig, weil der Imperativ natürlich immer eine zweite Person, singula oder plura mit einschließt, aber interessanterweise wird dieses siehe immer verwendet, ob man einen Text für mehrere Personen schreibt oder eigentlich den Gesprächspartner sieht, siehe, ist ein bisschen versteinert, das muss man irgendwie vergleichen und da haben wir es auch mit irgendwelchen Sachen zu tun, die nicht mehr richtig produktiv sind und hier eben tatsächlich in Infinitiv und was machen wir mit solchen Sachen wie da Wikipedia Lentschiklopædia Libera da müssen wir halt irgendwie mit umgehen und das sind keine vollständigen Sätze obwohl da ein Punkt steht und der Punkt könnte ja ein gutes Kriterium sein zumindest für die Schriftsprache für die Sprachsprache die Intonation aber wir wissen nicht genau wie das geht aber wir müssen uns auch mit unvollständigen Sätzen beschäftigen das macht die Syntax eigentlich nicht die Syntax ist eigentlich die Satzlehre von den vollständigen Sätzen aber wir müssen dann eben auch noch irgendwie eine Möglichkeit schaffen mit unvollständigen Sätzen zurecht zu kommen die sind ja wichtig denken sie an solche Äußerungen wie Feuer oder Hilfe da ist ja was zu tun und das sind ja ganz wichtige Äußerungen aber die sind halt schwer beschreibbar in den üblichen Ansätzen der Syntax ja dann habe ich hier geschrieben was sind eigentlich die Einheiten die wir benötigen für die syntaktische Beschreibung wir haben schon vorhin diskutiert darüber oder ich habe darüber gesprochen wie das aussieht mit dem Subjektsbegriff bei dem einige Linguisten die Mehrheit wahrscheinlich sagt der ist nicht überall sinnvoll in allen Sprachen andere sagen doch muss man vielleicht überall annehmen also in welchen Einheiten beschreiben wir Sätze wir hatten vorhin auch noch ganz kurz diese Geschichte dass man den Satz zerlegt in was Verbales und was Nominales was aber möglicherweise auch mehr als nur ein Wort umfasst also ganze Wortgruppen muss man mit Wortgruppen arbeiten oder reicht es nur mit einzelnen Wörtern zu das sind im Grunde alles nicht abschließend geklärte Fragen da gibt es unterschiedliche Ansätze und vor allen Dingen unterschiedliche Theorien so dann der Systembegriff all das geht nur ich hatte es am Anfang gesagt in geschlossenen Systemen die irgendwie so idealtypisch sind wo also kein Sprachkontakt stattfindet ja und das Beispiel was ich hier gebracht habe zur Illustration war ja nun ein schriftsprachliches Beispiel offensichtlich funktioniert Syntax der Schriftsprache deutlich leichter als Syntax der gesprochenen Sprache und wenn sie sich syntaktische Theorien anschauen und die Beispielsätze die da verwendet werden anschauen dann haben sie immerhin den Eindruck dass das keine authentische gesprochene Sprache ist sondern Schriftsprache dazu kommt dass die führenden Ansätze in der Syntax insbesondere die generative Grammatik Beispiele erfindet es geht ja um die Sprecherkompetenz und der Linguist der sich mit einer Sprache beschäftigt ist halt eben kompetent und er findet dann seine Beispielsätze selber um Dinge zu illustrieren das nennt man Introspektion also man guckt sozusagen in sich selbst rein die Frage ist nur ob das ein vernünftiger Ansatz ist ob das wirklich so gut ist wenn man seine Beispielsätze selber produziert Ihnen würde ich sowieso davon abraten weil Sie eine fremdsprachliche Philologie studieren und in fremden Sprachen ist man oft nicht so perfekt und wenn Sie dann zum Beispiel in einer Prüfung selber Ihre Beispiele machen dann verdunen Sie sich vielleicht und dann gibt es Fehler und das ist halt nicht so gut jetzt gibt es gerade in der in der Linguistik das Englische und das ist die wichtigste weil das Englische also eine wichtige Sprache ist so diese Vorstellung dass jeder Sprecher ein kompetenter Sprecher ist und selber seine Beispiele machen kann und deshalb gibt es da eben diese Tradition Beispiele selber zu machen das ist in den letzten Jahren erst ein bisschen in Verruf gekommen und deshalb hat sich jetzt eine andere Herangehensweise durchgesetzt nämlich nicht Beispiele zu erfinden sondern Beispiele aus sogenannten Korpora zu nehmen das heißt man guckt sich Texte an die es schon gibt und nimmt die Beispiele daraus und natürlich sollte man vor allen Dingen gesprochene Sprache anschauen aber leider wenn man das tut da kann es passieren dass man kaum wirklich vollständige Sätze findet die zum Sprachsystem passen im Sinne von Lange das Sprachsystem sondern alles ist irgendwie seltsam also Sie können sich das selber anschauen es gibt ja praktisch für alle Sprachen Korpora im Internet also auch von der gesprochenen Sprache was schon sehr alt ist da hat man in den 70er Jahren Sprachaufnahmen mit Orléans gemacht und das können Sie sich dann anschauen und wenn Sie da so eine Seite des Orléans Korpus durchgehen das ist alles transkribiert dann sehen Sie möglicherweise auf einer Seite keinen einzigen vollständigen Satz ja so sprechen die Leute halt und das macht es schwierig aber hier die Linguisten die eben mit dem Sprachsystem im Sinne von Lange sich beschäftigen wollen sind halt angewiesen auf vollständige Sätze weil die Syntax eben die Lehre der vollständigen Sätze ist und deshalb wird da oft die Schriftsprachlichkeit bevorzugt obwohl das eigentlich nicht im Sinne der Linguistik ist ja dann gibt es zwei Herangehensweisen das haben Sie vorhin schon bemerkt nämlich ich kann die Wörter in den Mittelpunkt stellen und gucken in welcher Beziehung Wörter stehen also gibt es Abhängigkeiten sogenannte Dependenzen zwischen Wörtern also zwischen Parley und Alstern Sie haben gesehen da gibt es semantische Abhängigkeiten Parley setzt voraus dass das Subjekt menschlich ist oder zumindest im übertragenen Sinne Mensch ich kann natürlich auch Tiere und Blumen metaphorisch sprechen lassen und sogar die Steine können sprechen metaphorisch bei der wörtlichen Bedeutung ist da eben was Menschliches als Subjekt verlangt von Parley andererseits wieder die Konkurrenz wo das Verb abhängig ist vom Subjekt also es gibt Beziehungen offenbar Abhängigkeiten zwischen den Wörtern und das wird halt ja erforscht im Rahmen der sogenannten Dependenzgrammatik Dependenzgrammatik also Grammatik für Abhängigkeiten und in der Dependenzgrammatik geht es halt nur um Wörter man schaut sich Wörter an und guckt wie diese Wörter in Abhängigkeit zueinander stehen dann gibt es den anderen Ansatz den haben Sie auch vorhin schon gesehen da versucht man den Satz als Wortgruppe aufzufassen und in weitere Wortgruppen zu zerlegen zum Beispiel eine nominale Wortgruppe weil ich also stand Alfred parle würde ich auch sagen Lamy de Magnes also der Freund meiner Nichte könnte Alfred sein wenn ich Lamy de Magnes ist eine ganze Wortgruppe parle oder Aparler habe ich auch eine Wortgruppe also wir zerlegen den Satz in Wortgruppen die ihn konstituieren da spricht man von Konstituenz oder oft auch von Konstituenten Grammatik weil man sagt der Satz lässt sich in Konstituenten von Wortgruppen die ihn konstituieren zerlegen dann geht es halt um Wortgruppen in der Dependenz Grammatik geht es immer um die Beziehung zwischen einzelnen Wörtern niemals Gruppen bei der Konstituenz geht es halt um Wortgruppen und natürlich gibt es Ansätze in der Linguistik die beides machen die mit Wortgruppen und mit den Beziehungen zwischen den Wörtern arbeiten aber zunächst mal sind das zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen die Konstituenten Grammatik und die Dependenz Grammatik ja jetzt habe ich die ganze Zeit von den Beziehungen zwischen Wörtern gesprochen das setzt natürlich einen Wortbegriff voraus den wir nicht so richtig angegangen sind bisher denn wenn ich von Beziehungen zwischen Wörtern spreche dann muss ich eben auch wissen was ein Wort im Wort ist und das ist problematisch also wir können auf der einen Seite sagen okay selbstständige Morpheme sind sicherlich Wörter aber was machen wir wenn wir sowas haben wie Pomme de terre Pomme ist selbstständig Apfel de von selbstständig terre Erde ist selbstständig aber das Ganze heißt Kartoffel also Erdapfel Apfel von Erde und da Maschine lave drei Wörter Maschine Maschine a zu lave waschen Maschine zu waschen Waschmaschine in Deutschland ein Wort im Französischen möchte man auch sagen es ist eher ein Wort denn wenn ich sage eine große Waschmaschine in grande Maschine lave dann ist natürlich grande Maschine lave als Ganzes oder Pomme de terre in den Plural gesetzt dann setze ich natürlich nur den Plural an das S von Pomme aber das Ganze ist natürlich dann im Plural also wie gesagt da möchte man eben auch solche drei Wortgruppen als ein Wort auffassen also der Wortbegriff an sich ist da problematisch wir müssen uns aber darüber eben auch Gedanken machen denn wir möchten am Ende in der Syntax ja Pomme de terre als ein Wort behandeln und nicht als drei Wörter machen wir hatten vorhin a parler a parler ich kann sagen il parler im Imperfekt oder a parler passé composé das sind dann zwei Wörter aber irgendwie ist das auch nur eine Form des Verbs möchte man vielleicht auch als ein Wort behandeln also wie gesagt da müsste man drüber nachdenken wie man halt seinen Wortbegriff da gestaltet ja also über den Satzbegriff haben wir gesprochen wir haben jetzt auch so ein bisschen über den Wortbegriff gesprochen und ich kann Satz und Wort unterschiedlich definieren je nachdem welche Betrachtungsebene ich lege ich hatte da schon mal angedeutet den Satz kann ich grafisch definieren indem ich sage gut was mit einem Punkt oder einem anderen Satzzeichen endet ist für mich ein Satz die Computerlinguisten machen das gerne so die geben dann Texte ein und zählen die Sätze das heißt sie suchen immer bis zum Punkt oder zum Satzzeichen und das ist dann ein Satz es gibt dann mal Schwierigkeiten bei Überschriften aber die sind selten ein Text hat meistens eine Überschrift manchmal gibt es auch noch so kleine Zwischenüberschriften aber wenn man das so macht kriegt man näherungsweise eine ganz gute Zahl für die Sätze aus das gleiche mit Wörtern wir hatten das schon in der letzten Sitzung glaube ich das Wort kann man grafisch definieren als das was zwischen Leerzeichen steht beziehungsweise zwischen Anfang und Leerzeichen Anfang Satzzeichen eben Satzzeichen wir setzen dann Leerzeichen und dann haben wir das Wort grafisch definiert und die meisten Ansätze in der Computerlinguistik machen das das heißt die arbeiten ja dann mit schriftlich vorliegendem Text das kann schon gesprochene Sprache sein aber dann transkrimiert und dann suchen sie nach Leerzeichen und Satzzeichen und zählen dann die Zeilenanfänge natürlich auch zählen dann die Wörter und dann gibt es entsprechende Programme die so arbeiten und das funktioniert auch recht gut aber es ist eben eine bestimmte Wortdefinition die eben grafisch ist also prom de terre würde da auf drei Wörter kommen aber das ist üblich auch wenn sie mit Google arbeiten oder so ist genau diese Wortdefinition steckt dahinter so jetzt können sie phonisch argumentieren phonisch da kriegen sie den Satz raus indem sie jetzt gucken gibt es Intonationskurven die auf einen Satz verweisen bei Sätzen ist es meistens so dass die Intonationskurve steigt erstmal an und kommt dann wieder geht dann wieder nach unten bei Fragesätzen oder Exclamationen geht die Stimme vielleicht nach oben wobei das auch sprachlich unterschiedlich ist also im französischen zum Beispiel ist die Frage Intonation etwas anders da geht die Kurve dann auch wieder nach unten im Deutschen geht die Kurve in Fragesätzen meistens nach oben aber man erkennt an der Intonation die Frage und das kann man auch relativ oder den Satz das kann man auch relativ gut machen da gibt es auch Untersuchungen dazu ich meine uns fällt das leicht die Sprecher einer Sprache erkennen an der Intonation sowas wie Satzgrenzen und das können inzwischen auch Computer machen mit gesprochener Sprache ist nicht ganz so leicht aber auch das geht das Wort kann man auch gut erkennen zumindest in den Sprachen mit denen wir so zu tun haben mit Ausnahme des Französischen im Deutschen trägt jedes Wort einen Akzent im Italienischen und Spanischen da haben viele Wörter einen Akzent da gibt es auch akzentlose Wörter sogenannte Kritiker aber mit dem Akzent kann man Wörter leicht erkennen im Französischen geht das nicht weil lexikalische Wörter wir kommen gleich auf die lexikalische Definition von Wörtern nicht am Akzent zu erkennen sind denn im Französischen liegt ja der Akzent immer auf der letzten betonbaren Silbe einer Wortkuppe nicht auf Wörtern in der Volkshochschule lernt man das so im Französischen wird immer auf der letzten Silbe beton ja aber nicht auf der letzten Silbe eines Wortes sondern auf der letzten Silbe einer Wortgruppe das ist das ist eben das Problem das heißt wir müssten dann unterscheiden zwischen einem phonetischen Wort macht man auch so und einem lexikalischen Wort das lexikalische Wort kommen wir jetzt als nächstes das lexikalische Wort erkennt man daran was Lexikon Einträge sind lexikalische Sätze gibt es nicht ist das nicht sinnvoll aber wir können das Wort so definieren dass wir schauen was steht denn im Lexikon und dann finden wir pompe de terre als Eintrag im Lexikon das ist ein Wort das dafür einen speziellen Eintrag im Lexikon gibt das heißt tatsächlich konkret im Lexikon auf Papier oder meistens im Computer wo man das nachschlagen kann auf diese Weise kann man dann auch computerlinguistisch vorgehen indem man eben den Text vergleicht mit Lexikon Einträgen und dann herausbekommt was ein Wort ist und was vielleicht kein Wort ist übertragen gesehen machen das auch die Sprecher so denn das was in den Wörterbüchern steht haben wir auch immer mehr oder weniger im Kopf also wir haben ein sogenanntes mentales Lexikon das ist vielleicht nicht so umfangreich wie das gedruckte Lexikon je nachdem wie gut wir sind in einer Sprache kann man auch prüfen da gibt es auch statistische Überprüfungsmöglichkeiten wo es der Wortschatz eines Sprechers ist dann wird man halt mit weiß ich nicht 50 Wörtern oder 60 Wörtern konfrontiert aus verschiedenen Bereichen des Lexikons und wenn man von denen 50 weiß dann kann man daraus hochrechnen wie viele Wörter man überhaupt im Kopf hat und wenn man nur 20 von denen weiß dann hat man halt insgesamt weniger Wörter im Kopf also mit statistischen Methoden kann man das herausfinden wie viele Wörter im passiven Wortschatz zumindest zumindest gespeichert sind oder ich kann natürlich auch den aktiven Wortschatz untersuchen dazu muss ich einfach genügend Text aufnehmen von jemandem man kann nicht wieder mit statistischen Methoden daraus hochrechnen wie viele Wörter der aktiv verwendet der aktive Wortschatz ist natürlich mehr etwas kleiner als der passive Wortschatz aber wie gesagt es gibt auch dieses mentale Lexikon ich muss also nicht auf das auf das Lexikon auf Papier oder im Computer zurückgreifen sondern Menschen haben sowas wie ein Lexikon im Kopf und ich kann natürlich dann auch wieder möglicherweise mit Introspektion arbeiten und gucken kenne ich das Wort ist das ein Wort für mich aber besser ist natürlich das an anderen zu testen ja dann gibt es natürlich noch eine grammatische Definition immer nie haben wir heute schon gesprochen für den Satz das ist kein Problem da gibt es halt den Minimalsatz der besteht aus dem Subjekt und dem konjugierten Verb wobei das habe ich vorhin nicht so richtig gesagt bei meiner ersten Version der Definition habe ich ja gesagt Subjekt und Verb meiner zweiten Subjekt und konjugiertes Verb aber konjugiertes Verb bedeutet natürlich in den Subjekt prominenten Sprachen dass das irgendwie das Subjekt schon enthält also weil das natürlich konjugiert wird in Abhängigkeit von Subjekt sodass ich vielleicht das Subjekt hier sogar entbehrlich finde wenn es impliziert wird durch das konjugierte Verb ja das ist vielleicht noch zu überlegen an der Stelle so grammatisch kann ich auch ein Wort definieren denn Wörter sind je nach Wortart flektiert dann erkenne ich sie natürlich wenn es sowas gibt wie eine Wortflektion Wortflektion gibt es ja nicht so in vielen Sprachen im Englischen gibt es immer nur dann noch das Plural S und dann das S der dritten Person und dann nochmal in der Richtung Idee und so aber so viel Flektion ist da nicht übrig und es gibt eben auch Sprachen die flektieren nicht Wörter sondern Wortgruppen und dann auch was hier ein bisschen bewegt sich das Französische dahin wenn Sie jetzt denken Plural eines Nomens das erkennt man am Artikel im gesprochenen Französischen und nicht mehr an der Form des Substantivs also das geht so hin zu einer Flektion von Wortgruppen das Baskische ist eine gruppenflektierende Sprache wo nicht Wörterflektiert werden sondern aber ansonsten die romanischen Sprachen das deutsche und das sind halt Sprachen die tatsächlich eine Wortflektion haben und deshalb kann ich halt sehen wenn da irgendwie bestimmte Flektionsendungen dranhängt dann ist das wohl ein Wort was flektiert wird entweder ein Verb das ist eine Werflektion oder was Nominales was auf andere Weise flektiert wird also an der Flektion kann ich auch Wörter erkennen wobei es dann natürlich immer noch die große Gruppe der Invariabilia gibt oder die heißen auch manchmal Indeklinabilia also Wörter die nicht verändert werden also nicht dekliniert werden nicht kommuniziert werden die also invariabel sind aber die sind natürlich auch praktisch und eigentlich sogar noch praktisch als die flektierten ich kann zwar an der Flektion das Wort erkennen aber Wörter die immer anders sind sind natürlich eine Schwierigkeit für so Lexika und so die haben da nicht so große Probleme weil im Deutschen sich die Wörter am Ende verändern das heißt ich finde die dann in einem alphabetisch sortierten Lexikon sehr leicht und auch indem ich suche in einem Computerlexikon weil die nur am Ende verändert werden es gibt aber Sprachen da ändern sich die Wörter insgesamt denken Sie an die semitischen Sprachen also Hebräisch Arabisch wo es so Konsonantengerüste gibt die dann unterschiedlich mit Vokalen aufgefüllt werden das macht es natürlich sehr schwierig die Wörter dann zu erkennen und im Wörterbuch wiederzufinden wenn man nicht so erfahren ist mit der Sprache was lernen da ist das schwierig oder nehmen Sie die inselkeltischen Sprachen Gädisch vor allen Dingen Schottisches Gädisch Walisisch Mengs und so da haben Sie Betonisch etwas weniger da haben Sie das Problem dass die auch am Anfang sich verändern und das macht es sehr schwierig in Lexikon zu benutzen also ich habe mal versucht Irisch zu lernen zu einer Zeit wo es noch gar keine Online Wörterbücher gehabt inzwischen ist das ein bisschen besser geworden und man musste immer mit man musste die Wörter immer nachschlagen in Wörterbüchern und das ist halt schwierig wenn man nicht weiß wie der erste Buchstabe eigentlich ist in der Grundform das hat mich ziemlich zur Verzweiflung gebracht also das ist also Flexion ist da schwierig Invariabilia sind da meistens gut weil man die so wie sie sind auch leicht irgendwo im Wörterbuch findet also das Reflexion kann man sehr schön Wörter grammatisch definieren aber die Invariabilia sind dann doch praktischer weil ich Lexikon Einträge leichter ja also soviel zu den Grundlagen der Syntax dann rechne ich das hier mal ab und stehe für ihre schlagen dann